mitten durch aber das macht nix ja ich weiß dass das dem nichts macht aber wir müssen irgendwann hinkommen ja ich hab den ich hab die drei schon schon aus lavaseen gerettet rettet genau in der trupp bei lava aber man muss sie ja suchen wenn sie dann mitten im lavafilz stehen bin ich denn hier ach so wasser gefunden so schön jetzt unterirdischer see hast du ach so was hab ich denn den gang schon leer gefahren ich bin dran urangen gefunden da ist nix wie sand am meer kann man bestimmt irgendwas tolles vom bau irgendwas wird man das bestimmt brauchen also wir haben zwei stacks alleine an blöcken von dem zeug ja ja die hatte ich mal irgendwann gemacht weil es irgendwann zu viel dort führen ja dann gehe ich mal ein paar ebenen höher und guck bei den anderen zwei die sind bestimmt auch schon fertig tu das mal tun die sind bestimmt auch fertig oh lapiz warum hast du den hier zugemacht das sind die drei gänge wo ich wo ich getestet habe ach schon ja erstmal alles wasser gefunden hat das ach du ist auch laura hat auch laura gefunden hier hm das finden die gerne so fangen wir denn an da naja boah machen wir erstmal den rechten den rechten gang und ausleuchten jawoll kommt bestimmt gleich wieder irgend so ein scheiß gerät entgegen so wie immer kupfer kohle eisen kohle liefer gott was hier alle ist hä was hier alle ist so lauter tolles zeug he das kannst du glauben so den leermachen einmal zeug rein refuel guck hier oben haben wir zwei gänge gemacht ne einer wäre eine meldung gekommen hier try to swim in lava ha 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 macht doch sowas nicht ne hatte ich eigentlich auch nicht vor so war nicht mein plan eher gesagt naja so aha guck's dir an das ist ja interessant so hole koche trolle kohle finden ooh diamanten jawohl ich habe nur 2 gefunden bis jetzt an dem einen gang ooooh ich bin auch grade in deinem gang E economic da ist alles voll mit La!? A.F.A. achso ich hab das da so weit hinten war ich noch nicht ich hab den nur angestellt hab mich umgedreht und hab alles auch im rückweg weg gefarmt achso ja oder So tue ich das. La la la. Gold. Ach ne, ist Eisen. Entschuldigung. So, 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 so. Sechs Stück hat's gegeben. Jawoll, haben wir schon mal achte mehr. Nö, wegen dem Zeug gehe ich jetzt nicht da raus. Da war noch dieses komische Klaue. Das hätte sich nicht gelohnt, dafür eine Auseinandersetzung mit Lava einzugehen. Ja. Kohle, Kohle, Kupfer. Welche Kupfer habe ich denn schon? Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Boah. Ader entdeckt. Ne? Ader entdeckt. Was, Gold? Siebenzwanzig Kupfer, schon wieder. Ist fast wieder ein Stack. Na? Mhm. Naja, zwanzig Stück ist nicht gerade ein Stack. Gott. Nein, 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 siebenzwanzig war's. Ist fast ein Stack. Ist auch nicht gerade ein Stack. Naja, wenn's gebrannt ist, schon fast. Find ich jetzt auch nicht fast. Naja. Nach dem Brennen, meinte ich jetzt. Ja, das sieht mir aus wie so ein Höhchen hier. Brauchen wir, äh... Jetzt hab ich den Namen vergessen. Egal. Was brauchen wir? Oh, ein Traum. Diamanten. Jawoll. Herrlich. So, elf Stück hab ich. Sauber. Kann's ja bald losgehen, ne? Äh, ich hab hier so eine kleine Höhlen-Ding gefunden. Ey, schubst mich nicht in die Lava, du... Was hast du gefunden? Schwein. Öl? Eine Höhle. Achso, Höhle. Ich hab mir verstanden. Ja. Am Ende des Ganges. Ja. Falls du Lust hast. Oder auch nicht. Ähm, ich bin gerade immer noch mit den Zweien hier oben beschäftigt. Das dauert ja ziemlich lange immer. So. Ja. Ja. Uh, jede Menge. Uh, Zeug. Wazdaf, wazdaf. Ja. Wo? So. Und weiter geht's. Nächster Gang. Da liegt am Ende des Tunnels. Ach ne. Vielleicht einfach nur... Lava. Ja, wer weiß, was die zwei gefunden haben. Obwohl der eine, kann auch gar nichts gefunden haben. Den hab ich noch das zweite Mal wieder angestellt. Beziehungsweise das dritte Mal. Ah, er hat doch einen Creeper gefunden. Das ist doch wenigstens etwas. Zwei Creeper. Ich glaube, du kannst sagen, du hast was gefunden. Ja. Da er keinen Creeper-Spawner gefunden hat. Wird da auch mal nicht schlecht. Naja. Du müsstest da aber kurz hier hochkommen. Weil die spawnen... Wie Hölle. Schon dann ablässend. So. Einmal Lava. Re... Re... Fuel. So. Duh. Tunnel 80. Und weiter. Quarz. Puh. 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 Aber. Das ist am ganzen See? Oder was? Ist das was wo du bist? Oh jede Menge ja. Okay. Das hatte ich auf der anderen Seite auch. Da hab ich als gerade ausgebuddelt und da war so ein riesen See, da ist auch eine Höhle. Wo die dann aufgehört haben. Die drei. Oh ich hab grüne Saphire gefunden. Oh geil. Was man auch immer mit denen machen. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir noch was. Pokern. Genau. Ach so. Vielleicht fällt uns ja noch was. Finden wir ja noch was. Oh, Gold. Hätte ich doch fast Kupfer übersehen. Glaubst du das? Ja. Unglaublich. Hat sich das einfach an der Decke versteckt. Ah, grüne Saphire. Acht Stück. Was auch immer man damit macht. Ja. Aber irgendeinen Nutzen werden sie ja wohl haben. Sonst wären sie ja nicht hier drin. Ich meine, wir können keine Werkzeuge draus machen. Ja. Irgendeinen anderen Nutzen. Kann sie vielleicht auch als Stein irgendwo verbauen. Mal bestimmt auch. Vielleicht. Da ist noch ein bisschen Kupfer. Was ist das auch genau? Ja. Vielen Dank.